Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch im neuen Jahr 2013. Ich zeichne dieses Video heute auf am Neujahrstag und ich hoffe, ihr habt alle ein wunderbares Silvesterfest gehabt, eine schöne Silvesterparty und seid wunderbar ins neue Jahr hineingerutscht. Ich selber kann sagen, ich bin wunderbar reingerutscht, ich war auf einer wunderschönen göttlichen Party, fand ich. Viele Göttinnen haben dort zusammen mit mir getanzt und das war einfach eine wunderbare Atmosphäre. Ich bin sehr gut rübergekommen, habe viel Freude gehabt auf dieser Party, auch im Vorfeld schon am Silvestertag und es geht mir sehr, sehr gut, merke ich, bin sehr glücklich und zufrieden und freue mich, das Alte abgestreift zu haben und das Neue jetzt zu begrüßen und ich habe auch natürlich, wie ihr auch sicher, viel Hoffnung in 2013 und habe das Gefühl, ich erwache aus einem bösen Traum, als denn jetzt einfach so ganz viel Elend endlich zu Ende geht und einfach das Neue jetzt kommt und wenn auch unruhig wird, aber doch uns mit dem Neuen überschwemmt. Ja und bevor ich wieder in Sachen Liebe mit den wöchentlichen Liebesorakeln beginne, möchte ich zum Jahresauftakt gern noch mal das Thema Zwillingsflammen beleuchten und daher gibt es erst mal wieder ein Zwillingsflammen Video, welches ich ergänze um ein Orakel, was ich hier schon aufgebaut habe. Das kommt aber im Nachgang, denn vorab habe ich noch ein paar Informationen für euch. Wie ihr alle sicher gesehen habt, war schon das erste Wochenorakel dieses Jahres sehr auf das Thema bedingungslose Liebe und Zwillingsflamme fokussiert. Ihr habt vielleicht wie ich auch gespürt, dass diese Botschaft eben keine reine Liebesbotschaft ist für Verliebte, für Paarbeziehungen etc., denn wie ihr ja wisst, ist die Aufgabe der Zwillingsflamme der Dienst für die Menschheit, für den Planeten und deshalb fand ich es jetzt nicht verwunderlich, dass diese Botschaft eben nicht im Liebesorakel gekommen ist, sondern gleich als erstes im Wochenorakel. Ich hatte so das Gefühl, als wenn die Engel da schon in den Startblöcken gestanden hätten und nur darauf gewartet haben, dass das alte Jahr jetzt vorüber ist und wir mit diesem Thema jetzt auch anfangen können, also dass das jetzt Einzug hält, diese Zwillingsflamme-Thematik jetzt wieder kommt und es scheint ein sehr starkes Thema für 2013 zu sein. Das Portal vom 11.11., das 11.11. Portal wurde nämlich gestern am 31.12. geschlossen. Es wurde am 11.11. geöffnet, am 21.12. und am 12.12. sind entsprechende Energien durch dieses Portal hindurch auf die Erde und zu uns gekommen. Und jetzt am 31.12. wurde es geschlossen. Und das heißt, bis dahin haben wir und Mutter Erde Aufstiegsenergie empfangen und Mutter Erde ist auch aufgestiegen. Und wann wir jetzt den Shift machen in die für uns spürbare fünfte Dimension, das kann noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen. Und ich denke jetzt, nachdem das Portal auch geschlossen ist, fängt dieses neue Zeitalter wirklich an zu erblühen. Und in diesem Zeitalter wird die Zwillingsflammen-Energie eine wichtige, wenn nicht sogar eine entscheidende Rolle spielen. Und da möchte ich euch gerne nochmal drüber informieren. Also was erwartet uns eigentlich jetzt im Jahr 2013 in Sachen Zwillingsflamme? Und manches ist uns schon klar, aber wir werden jetzt Folgendes spüren. Das alte Beziehungstemplate der unter anderem co-abhängigen Beziehungen, das wird gehen. Das hat sich jetzt verabschiedet mit dem alten Jahr. Und was jetzt langsam Einzug hält, ist das neue Zwillingsflammen-Template für die Beziehungen. Und das kommt ins Jahr 2013, im Laufe des Jahres. Also das sind alles gemächliche Übergänge. Das Alte schleicht sich aus, das Neue kommt langsam rein. Also das werden wir übergangsweise merken, immer mehr. Da kommt nichts abrupt von heute auf morgen. Und die Grundlage dafür, für dieses Zwillingsflammen-Template, ist eben das Gleichgewicht zwischen männlich und weiblich, sowohl in uns selbst, als auch zwischen den Geschlechtern. Also auch in den Paarbeziehungen sollte es ein Ausgleich geben zwischen männlich und weiblich. Ja, also keine Dominanz des einen über das andere, sondern wirklich ein Gleichklang. Und dadurch ergibt sich auch die Trinität. Das hatten wir im Orakel vom 21.12. Die Trinität, also die Vereinigung des männlich-weiblichen mit dem göttlichen. Oder des Vaters, der Mutter und des Kindes. Das sind so die Bedeutungen dieses Dreiecks der Trinität. Wie man das auch immer sehen möchte. Und das ist die Grundlage für die heilige Verbindung, um die es beim Zwillingsflammen-Template geht. Also die Grundlage wurde schon geschaffen. Und wie ihr vielleicht auch feststellt, so in eurem Umfeld und bei euch selbst, in eurem Leben, viele Menschen sind in diesen sehr transformatorischen Zeiten sehr aufgewühlt. Sie verlieren ihren Job, die Liebe ihres Lebens zum Teil. Also viele Beziehungen brechen auch auseinander. Obwohl sie zumindest bisher dachten, das wäre die Liebe ihres Lebens oder ein wunderbarer Partner für sie. Und das klingt für viele natürlich wie so ein Untergang. Hat was sehr Bedrohliches. Aber man kann klar sagen, das ist einfach nur die Reinigung des alten, des alten Paradigmas. Dessen, was nicht mehr wirklich stimmt. Ja, was nicht absolut stimmt. Das wird auch das nicht überstehen. Und die Ausgangsbasis, die wir darstellen, die wird jetzt einfach gereinigt. Und zwar für dieses neue Zwillingsflammen-Template. Ja. Und alles, was noch in der alten Frequenz schwingt oder schwang, in der dreidimensionalen Frequenz und was nicht mehr in Harmonie mit dem neuen Template ist, das muss jetzt gehen. Und da gibt es keinen Kompromiss zwischen dem Weg ins Licht oder ins Dunkle. Das ist diese Entscheidung, die zwischen dem 21.12. und ich denke gestern getroffen werden musste. Will ich ins Licht oder will ich ins Dunkle? Und wir müssen uns entscheiden. Und den Mittelweg gibt es nicht mehr. Und das heißt auch, das, was noch zum Dunklen oder zum Dreidimensionalen gehörte, das ist dann auch für uns nicht mehr greifbar. Und das bricht zusammen unter uns. Die Energie geht raus, damit wir in die wunderbare Energie hineinkommen können. Aber das bedeutet auch, dass das, was das getragen hat, noch die dreidimensionale Energie, die das Alte noch getragen hat, jetzt auch zusammenbricht und kein Fundament mehr bietet für das Alte. Ja. Und deshalb brechen jetzt viele Dinge zusammen. Was auch hinzukommt ist, bisher wurden eben viele Begegnungen und Beziehungen durch Karma vordefiniert. Es war also fast schon vorgegeben, mit welchen Seelengefährten wir in unserem Leben karmische Fehler auszugleichen haben, wie das ungefähr orchestriert wird, in etwa, wie da die ungefähr die Timings sind, was so zusammenfallen muss, damit wir das tun können. Und mit dem Wegfall des Karmas kommt jetzt eine neue, viel, viel höher schwingende Möglichkeiten auf uns zu. Ja. Also wir haben dieses Karma nicht mehr. Also vorher hat Karma für uns orchestriert, wie unsere Begegnungen und möglichen Beziehungen sein können, weil wir da was aufzuarbeiten haben. Das ist jetzt gar nicht mehr in 2013 das Thema in unseren Beziehungen. Jetzt inhaliert mal diesen Gedanken. Ja. Wenn man sich damit befasst, was das für eine Befreiung ist und deshalb auch das Thema Freiheit, auch in Beziehungen, ist wirklich diese Befreiung von Karma. Ja. Diese Freiheit, nicht immer nur Lasten zu tragen, immer nur Lasten auszuräumen. Ja. Alles, was mit Krankheit, Betrug, was weiß ich, was für schweren Belastungen zu tun hat, das wird jetzt nicht mehr der Gegenstand und Motor der Beziehungen sein. Der Unbewusste natürlich. Wir wussten das ja nicht mal. Und worauf wir uns auch verlassen können, ist, dass Mutter Erde sich in 2013 sehr stark verändern wird, was sich weiter transformieren wird. Und das bedeutet für uns alle auf dem Planeten auch weitere Veränderungen in der Wirtschaft, in der Politik, global, ja, in den Menschen, in den Kulturen. Und die Frequenzen, auch in der Liebe, in Liebesbeziehungen, die werden weiter steigen. Und wenn in einer bestehenden dreidimensionalen Beziehungen langjährige Partner ihre Frequenz eben nicht gemeinsam anheben können, dann werden diese Partnerschaften nicht bestehen bleiben. Das ist die Konsequenz. Stattdessen werden aber, werden wir aber, also derjenige, der sich dann, der dann höher schwingt oder sich in eine andere Schwingung begibt, der wird dann auf seiner Frequenz auch andere Partner anziehen, die auch ähnlich hoch schwingen wie er oder sie. Das könnt ihr euch vorstellen wie Delfine, die diese Schallwellen aussenden, wie Schallwellen der Liebe aussenden und dadurch kommunizieren, ohne dass man das unbedingt, naja, am Essen können wir es schon, aber nicht unbedingt mal mit den Sinnen feststellen kann. Und dadurch werden auch andere Partner angezogen. Und eben nicht mehr nach Karma. Überlegt mal, was das heißt. Ihr zieht jetzt die Menschen an, die, ja, auf eure Schwingung, auf eure Lichtschwingung reagieren. Und nicht mehr die, die euch karmisch primär zugetan sind. Ja. Und diejenigen, die von dieser außergewöhnlichen Frequenz angezogen werden, sind auch nicht mehr eben diese normalen karmischen oder Seelengefährten, sondern es wird eine hochfrequente Norm geben für diese viel höheren Seelenverbindungen, die dadurch entstehen, durch diese Begegnungen. Und das wird dargestellt und abgebildet von sehr hoch schwingenden Seelengefährten und Zwillingsflammen. Und dadurch entsteht, ja, wird bewegt, dieses neue Template, das Zwillingsflammen-Template. Und ihr werdet auch feststellen in 2013, dass die spirituelle Arbeit, die ihr in euren Zwillingsflammen-Beziehungen schon in den Vorjahren geleistet habt, von anderen jetzt auch bemerkt wird in eurem Umfeld. Die anderen beginnen zu spüren, was ihr ausstrahlt. Ihr werdet immer häufiger von anderen darauf angesprochen, dass sie etwas Besonderes für sie ausstrahlt. Wir haben Schwierigkeiten, das so zu formulieren, aber sie spüren das. Sie spüren eine besondere Energie, eine liebevolle Art, die ihr habt. Anders können sie es nicht nennen. Sie nennen vielleicht noch weitere positive Eigenschaften, die ihr habt. Und ihr seid selber vielleicht verblüfft, wie die das wahrnehmen, was es vorher vielleicht nicht gegeben hat. Sie merken Dinge, die beschreiben, wie stark ihr seid und wirkt und wie ihr zu einer Art Leuchtfeuer für andere werdet. Ich habe das letztens erlebt auf einer Party, dass da wirklich mich Personen angesprochen haben auf solche Dinge, die ganz normale Menschen waren, die aber einfach, also es waren auch Männer in dem Fall, nicht Frauen, die einfach sagten, ich spüre da einfach was. Und das ging jetzt hier nicht um Liebesbeziehung oder so, hatte damit nichts zu tun, aber es war einfach, die merken, da ist irgendwas anders und auch im positiven Sinne, also positiv anders und dass man eine andere Ausstrahlung hat, die interessant war für diese Menschen. Und deshalb denke ich, auch dieses Radiance- und Ausstrahlungsthema, was wir haben, dieses Stadium, wo wir einfach Dinge ausstrahlen. Und das wird immer mehr jetzt auch höher frequent passieren. Also diese anderen Menschen werden sehr stark davon angezogen oder es wird ihr Interesse an euch sehr stark angeregt, weil sie eben für diese hochschwingenden Energien schon empfänglich sind und damit auch stark in Resonanz gehen. Und ich denke, in 2013 wird diese Auswirkung, diese Ausstrahlung noch zunehmen. Ihr seid quasi wie so ein Diamant, den ihr selber mit Gottes Hilfe und Liebe geschliffen habt. Und der bringt jetzt an zu funkeln und zu strahlen. Also der hat jetzt Schliff bekommen. Und andere sehen dieses Funkeln und finden das natürlich toll. Und das Zwillingsflamm-Template steht also für den spirituellen Aufstieg. Das ist eigentlich, kann man gleichsetzen damit. Also der spirituelle Weg und der spirituelle Aufstieg kann man gleichsetzen auch mit der Zwillingsflamm-Dynamik und dem Template, also dieser bedingungslosen Liebe. Und das bedeutet, wir entwickeln uns von der dreidimensionalen verstandesbetonten Liebe hin zur fünfdimensionalen, herzzentrierten Liebe. Also quasi zur Herzöffnung. Alle Entscheidungen werden, wenn wir das haben, diese Herzöffnung, diese herzzentrierte Liebe, dann entscheiden wir alles aus dem Herzen, mit unserer Intuition, mit unserem Gefühl, mit unserem Bauchgefühl. Und das sind auch sehr weibliche Energien, die das ermöglichen, ob für Männer oder für Frauen, vollkommen egal. Aber das wird der Inhalt gerade auch in Beziehungen sein. Das wird unser ganzes Leben bestimmen. Aber auch in Beziehungen wird sich das ändern. Und das ist fundamental. Das heißt, jede Manipulation, jedes verstandesmäßige Zusammenbleiben der Kinder wegen oder sonst was, das wird zusammenbrechen. Das werden die Menschen nicht mehr erhalten können, wenn wir in diese Energie tiefer reingehen. Und nach dem Aufstieg, also in 2013, kann das dreidimensionale Template nicht mehr existieren, weil es eben sehr eng mit unseren alten Glaubenssätzen zusammenhängt. Wir kriegen quasi so ein Rebooting. Und die meisten spirituellen Medien sprechen auch davon, dass die alten Energien von 2012 sich noch so bis Januar, eher Februar ausschleichen. Vielleicht auch bis zum Equinox. Der Equinox, also die Tag-Nacht-Gleiche, ist im März, am 20. März diesen Jahres. Also das ist noch eine Zeit, bis dahin kann es sein, dass noch ein paar bisschen karmische Sachen, ein bisschen negative dreidimensionale Dinge noch in uns rumwabern, noch transformiert werden müssen, noch losgelassen werden müssen, hier und da. Aber das wird immer mehr abnehmen. Also es wird so einen Übergang geben. Also eher einen Übergang als abrupte Schnitte in den neuen Zyklus. Und dieses neue Template auch, ja. Und während die Reste des alten Paradigmas gehen, spürt ihr vielleicht schon die neuen Anzeichen des Lichtes und der Liebe in euren Beziehungen. Für viele Menschen, vor allem in den letzten von mir zitierten Channelings, war ja die Rede von Millionen Zwillingsflammenpaaren, die irgendwann, wir wissen jetzt nicht den Zeitpunkt, ich denke, das hängt noch von einigen anderen Faktoren ab, wann das so ist, unter anderem auch der Landung der galaktischen Flotte. Für viele Menschen steht ja hier auf der Erde noch die Begegnung mit ihrer Zwillingsflamme bevor. Und wovon man auch ausgehen kann, ist, dass eben Millionen Menschen durch diese Begegnung mit ihrer Zwillingsflamme erstmal aktiviert werden, auf eine besondere Art, eben für dieses Template, ja. Und das passiert nicht über Nacht und nicht jeder wird diese Energieerhöhung sofort spüren, ja. Und bitte beachtet auch, die Aufgabe der Zwillingsflamme ist in neun von zehn Fällen, dass sie der Menschheit und dem Planeten helfen sollen, durch die Liebe, die sie ausstrahlen, da sind wir wieder beim Ausstrahlen, und die sie an andere strahlen, aber eben nicht dadurch, dass die Zwillingsflammen miteinander eine Liebesbeziehung oder eine Romanze leben und, ja, etablieren. Dann werden sie auch zu sehr auf sich selbst fokussiert. Sie sollen diese Energie an andere Lebewesen abgeben, sie sollen diese Lebewesen aufwecken, das ist eigentlich die Aufgabe, ja. Also das ist extrem wichtig, ja. Und durch diese Verbindung die aktivierte Zwillingsflammen eingehen, und die kann energetisch sein. Also denkt bitte daran, wenn man von Verbindung redet, das muss eben nicht eine Verbindung sein im Sinne einer klassischen alten Paradigma-Beziehung, sondern es ist eine Verbindung, die ja besteht telepathisch, in Träumen, manchmal physisch, wenn es möglich ist, aber hauptsächlich energetisch. Und was ich interessant finde, ist, dass auch diese energetische Verbindung dazu führt, dass die in der DNA aktivierten Skills und Fähigkeiten, die wir aus früheren Leben noch haben, in uns haben, die uns aber nicht bewusst sind oder zu denen wir noch keinen Zugang haben, das wird auch in 2013 immer stärker werden, diese ganzen göttlichen Geschenke, die wir bekommen halt, wie eine Hellsichtigkeit oder andere Wahrnehmung, Fähigkeiten, Telepathie, die, dass die zunehmen. Und das wird durch die Zwillingsflammen noch stärker, ja, forciert eigentlich. Das kann auch heilen mit den Händen sein, weil sie vielleicht früher nicht konnte, und auf einmal könnt ihr das tun und merkt, dass das funktioniert. Ja, und das passt auch gerade zu der Karte Gesundheit und Heilung im Zusammenhang mit der Zwillingsflammenkarte im Wochenorakel, ja. Ja, und das Ding ist halt, die Zwillingsflamme ist dazu da, das göttliche Licht, die göttliche Liebe durch die Verbindung der beiden Zwillingsflammen auf den Planeten zu bringen und dort nach außen in die Menschen, in die Tiere, in den Planeten, in die Natur zu strahlen und die Natur und alles, was ist, zu heilen, ja. Und es gibt schon jetzt sehr viele Menschen mit einem Zwillingsflammen-Template und es ist auch wichtig, dass es auch nicht nur Zwillingsflammen sein müssen, die diese Liebe bereits gegenüber anderen ausstrahlen, damit diese einfach von dieser Liebe überschwemmt werden, ja, und damit wirklich diese liebevolle Zusammenarbeit auf dem Planeten weltweit zwischen den Menschen auch stattfinden kann. Das wird sukzessiv voranschreiben. Und die Liebe ist eben das, was diesen Planeten heilen wird, was ihn zu der neuen Lebensweise führen wird, von der wir alle träumen, auf die wir warten. Und wir müssen es gestalten, wir müssen es leben, ohne Angst, ohne Schrecken, ohne Gier, ohne Egoismus, sondern in bedingungsloser Liebe für alles, was ist. Und das gilt eben nicht nur für den Partner, sondern wirklich die Menschen um uns rum und die Natur, ja. Und das Zwillingsflammen-Template bedingt, dass wir vollkommen aus dem Herzen leben und lieben. Und so wird es kommen in 2013, so hoffe ich, ja. Und ja, als nächstes habe ich, ihr seht es ja hier schon liegen für euch, dass ein Engel-Orakel heute gemacht zum Thema Zwillingsflammen-Template in 2013, indem wir die Aspekte dieses Templates nochmal vertiefen, uns nochmal anschauen, was beinhaltet das, was bringt uns dieses Template in 2013. Und die erste Karte, ich habe hier wieder oben die Kosmoskarten, hier unten unsere Ebene, wo spüren wir das in unserem Lebensalltag und die Erdkarten hier unten. Und die erste Karte habe ich wie immer aus dem Heiligen Geometrie-Orakel gezogen. Und die erste Karte, jetzt schaut mal, wie interessant das ist, ist die Vesica Pisces. Und manche kennen die vielleicht von euch, das sind im Prinzip zwei Kreise, die jetzt übereinander lappen und dadurch eine Schnittbänge bilden, so könnte man jetzt geometrisch sagen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, auch der göttlichen Liebe, kann man sagen. Und das ist eigentlich, und ich nehme gerade mal eine andere Karte dazu. Ihr erinnert euch an das Orakel vom 21.12., da war eigentlich die Vesica Pisces auch schon gezeigt. Es ging hier mehr ums Dreieck, aber das ist das Gleiche. Das männliche, weibliche und das göttliche gehen zusammen zu dieser Trinität. Kann auch heißen, das männliche verschmilzt mit dem weiblichen und es entsteht etwas Drittes oder verbindet sich mit dem Dritten. Und das das ist so ein bisschen hier angelegt. Und die Vesica Pisces zeigt eben, ja, noch einen anderen Aspekt mit hinein. Und den will ich euch jetzt mal eben vorlesen. Da, einen kleinen Moment, wie ich das gefunden habe. So. Die Vesica Pisces ist das Geburtsportal. Die Zahl 2 wird durch die Vesica Pisces zur Schöpfung. Hierdurch dringen sich zwei Kreise oder Kugeln, die jeweils ein Ganzes darstellen und wiederum zu einem Geburtsportal werden. Und das ist jetzt das Erhabene daran. Dieser Kreis kann auch eine Person sein, die ein Ganzes ist, die ganz geworden ist während dieses Aufstiegs und die sich vereinigt mit einer anderen Person, die auch ganz in sich ist, auch männlich und weiblich im Einklang hat mit sich. Das ist das, worum es geht. Und diese Überschneidung der beiden Kreise ist der Geburtsort, an dem sich Menschen und Ideen in gegenseitigem Verständnis und auf gemeinsamen Boden miteinander verbinden. Das ist ja eine wahnsinnig tolle Botschaft. Das ist eine wunderschöne Visualisierung dessen, was hier auf dem Planeten passiert. Wir müssen eben durch den Aufstieg erst mal ganz werden in uns, bevor wir uns miteinander, ja, verbinden können, um wirklich etwas Neues zu kreieren. Einen neuen Energiefluss zwischen uns oder, ja, neue Schöpfung. Das ist das, worum es hier geht. Diese Karte enthält die Bitte, dass du deine Interaktion mit geliebten Menschen und Kollegen untersuchst. Bist du Mitschöpfer, was sich als Synergie von geteilter Weisheit und Respekt ausdrückt? Siehst du den Dingen ins Auge? Sprecht ihr beiderseitig die Wahrheit? Die Karte Visica Pisces bestätigt, dass deine Beziehungen stimmig sind und erkennt das Potenzial an, das durch Respekt und Kooperation entstanden ist. Und das ist das, was den Planeten heilt, ja, das ist das Template. Wenn sich die Einflussbereiche andererseits nicht in der Mitte überschneiden, dann bist du wahrscheinlich unzufrieden und so ist woanders nach deiner Vollendung. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob es möglich ist, die Energien neu zu ordnen, damit ein neues Gleichgewicht und eine Zusammenarbeit entstehen kann. Und das ist das, was auch gerade noch passiert im Übergang in diesem Jahr, dass wir merken, wo ist es nicht mehr stimmig? Wo muss es transformiert werden? Was muss passieren, dass wir liebevoll miteinander zusammenarbeiten können? Ja, also das Alte wird nicht bestehen bleiben. Wenn das diese Art von Zusammenarbeit nicht gelebt wird, dann wird sie, ja, nicht weiter existieren können in dem neuen Template. Ja, es geht darum, dass alle Beziehungen wachsen können und ein umfassendes Verständnis für alle Beteiligten geschaffen wird. Das ist die, auch die Einheit, ja, es sind zwei Einheiten, die sich miteinander verbinden quasi, ja. Das ist also ein energetischer Einfluss aus dem Kosmos. Und der zweite ist, das fand ich jetzt wahnsinnig toll, die DNS, die DNA, die DNS, wie man es jetzt sagen muss, die Desoxy-Nibu-Lucrein-Säure, glaube ich, heißt sie. Und sieht ja ein bisschen auch aus wie die Kundalini-Energie. Ist ja sehr nah an der Kundalini-Energie auch dran. Und wir schauen mal eben, was da die tiefere Botschaft ist. Das Buch sagt, die menschliche DNS bildet die Welle, die unseren genetischen Kot spinnt. Nach dem goldenen Schnitt innerhalb der Doppelhelix unserer DNS und des menschlichen Energiefeldes haben wir jeweils Zugang zu einem verborgenen Wissensspeicher und einer Weisheit, die als die Kraft oder das heilige Licht bezeichnet wird. Die Entschlüsselung dieser Informationen ist heute das Ziel vieler Menschen, die den Eindruck haben, dass das menschliche Potenzial und die Fähigkeit, uns selbst und diesen Planeten zu heilen, in dieser spiralförmigen Matrix verschlüsselt sind. Momentan wissen wir, dass es in unserer DNS zwei Stränge und 64 genetische Kodone gibt. Wir sind dabei kurz zu aktivieren, die uns beim Übergang in den dreidimensionalen zur vierdimensionalen Wirklichkeit unterstützen. Das ist der Weg der Evolution. Wir stimmen uns in zehn zusätzlichen DNS-Stränge ein, die uns zusammen mit den jetzigen beiden ermöglichen, Zugang zu scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten zu erhalten. Die Emotionen von Liebe und Mitgefühl wirken auf die harmonische Schwingung des Herzens und tragen Veränderungen schnell in unsere DNS hinein. Jedes Mal, wenn du aus dem Herzen und nicht aus der Angst heraus handelst, trägst du zur menschlichen Evolution und zur Heilung von Mutter Erde bei. Öffne dein Herz für diese Wirklichkeit. Liebe ist die Antwort. Also das ist ja wunderschön. Ich bin jetzt hier gerade selber ganz ergriffen. Aber das ist genau das, was es uns ermöglicht. Wir lassen die Angst los. Wir bekommen zehn neue DNS-Stränge hinzu, damit neue Fähigkeiten, diese Welt anders zu gestalten. Und indem wir das konsequent in Liebe tun, heilen wir den Planeten und heilen uns selbst damit, weil wir sind eins mit diesem Planeten. Und das ist das, worum es geht bei der Zwillingsflamme. Und seht ihr das auch vom Kosmischen? Ja, es geht eben nicht nur um diese klassische Liebesbeziehung. Also es muss euch klar sein, dass das ein anderes Thema ist. Einfach, ja. Und was wir hier haben, ist die Karte Veränderung der Dimension, Durchgangsforte. Und wir sehen eine Pforte mit dem 11-11-Symbol oder der 11-11-Kennzeichnung. Ja, das war die Pforte, wie ich gesagt habe, eben die am 11.11. eröffnet wurde, durch die die Energie des 12.12. und 21.12. Einzug gehalten hat und die sich gestern geschlossen hat. Und die Botschaft der Karte ist, ich erlebe, dass sich die Dimension meines Bewusstseins verändert. 11-11. Und ich denke, das ist etwas, was in 2013 jetzt für uns spürbar ist. Wir sind alle durch dieses Portal mit durchgegangen. Und die ganzen Energien, wir sind noch dabei, die in unserem Körper zu integrieren. Also es kann sein, dass ihr auch in den nächsten Wochen weiterhin Symptome bekommt. Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, massive Müdigkeit, Ruhebedürfnis, dass ihr euch zurückziehen wollt. Und das hat damit zu tun, natürlich der Aufstieg geht weiter. Die Energien kommen weiter hinein und wir müssen das weiter alles anpassen. Und ich finde es sehr schön, dass diese Karte sagt, ich spüre oder ich nehme einfach wirklich wahr, dass mein Bewusstsein sich verändert. Und das ist das, was jetzt kommt, was jetzt massiv passieren wird. Ja, das war ja der Anstoß, diese Energien. Aber jetzt kommen ja die Prozesse in Gang. Die nächste Karte, auch wunderschön, zeigt das Yin-Yang-Zeichen, was ja auch für männlich-weiblich steht. Und hier haben wir die Botschaft geben und empfangen. Universeller Fluss. Und ich habe ja eben auch gesprochen davon, dass gerade auch die männlichen-weiblichen Energien ausgeglichen sein sollten in uns, aber auch in den Beziehungen, dass es eine Gleichstellung von Mann und Frau gibt. Und ich meine, vielleicht haben wir Deutschen da noch nicht die massiven Probleme, aber schaut mal, was das für ein weltweites Thema ist, die Gleichstellung von Mann und Frau. In jeder Hinsicht. Nicht, dass wir in Deutschland kein Problem haben damit. Aber weltweit, ja, ist das nicht ausgewogen, das Thema. Überhaupt noch nicht. Und die Botschaft der Karte ist, ich gebe, ups, seht ihr das? Ich gebe, ich empfange, ich empfange, ich gebe. In vollkommener Ausgewogenheit. Ja, und da seht ihr den Knackpunkt, das Geben und das Empfangen im Gleichgewicht zu halten. Und das macht glücklich, ja. Wenn ihr das mal inhaliert, den Gedanken, das macht wirklich glücklich. Ja, ich gebe und ich empfange, ich bekomme das zurück, was ich will. Und überlegt mal, wie viele Beziehungen auch unglücklich sind oder gar nicht erst entstehen, weil da gar kein Geben und Empfangen ist für beide Seiten. Weil es irgendwie nicht passt. Wenn es gar nicht passt, soll es nicht sein, dann ist es so. Aber es ist krank, in einer Beziehung hängen zu bleiben, wo das so massiv im Ungleichgewicht ist, denke ich. Und das wird einfach geheilt im kommenden Jahr. Das wird einfach anders werden. Aber es wird rumpelig werden. Bis dahin wird viel passieren. Also es wird nicht nur harmonisch abgehen. Ja, wir kommen auf die mittlere Ebene hier, wo es um die Engelbotschaften geht, was uns erwartet. Und da haben wir hier einmal die Botschaft aus dem Oshotaro. Das ist auch eine wunderschöne Karte. Reife. Könnt ihr das so sehen? Reife. Und wir sehen hier reife Früchte, die vom Baum runterhängen und schon runterfallen, kann man sagen. Genau wie mir gerade das Buch runtergefallen ist. Paul auch reif. Und ihr seht, es ist jetzt Zeit zu ernten. Wir haben jetzt wirklich, auch beim Thema Zwillingsfarme, viel gearbeitet an uns. Wir sind gereif. Wir haben viel verstanden, viel an uns gearbeitet. Und wir fallen jetzt vom Baum, weil wir reif sind für das Neue. Ja, das ist das Ende des Reifungszyklus. Das beendet jetzt und vielleicht kommt jetzt was Neues. Mal schauen. Aber auf jeden Fall sind wir reif. Die Früchte sind reif, jetzt geerntet zu werden. Also wir kriegen jetzt auch das, wonach wir uns gesehnt haben. All die Jahrtausende, möchte ich mal sagen. Ja. Und die zweite Karte ist die Karte Blühen. Und jetzt überlegt mal, was da noch in dem Orakel der Woche war. Da war das Thema die Karte R Blühen. Und die scheint sehr zusammen zu hängen, auch mit dem Zwillingsflammenthema, habe ich jetzt so langsam das Gefühl. Und sie seht hier auch so eine Lotusblüte auf einem Wasser. Sie hat ein Wasser der Emotionen. Sitzt eine meditierende Göttin, möchte ich sie mal nennen. Mit fließenden Gewändern in wunderschönen Farben. Und sie ist umgeben von so einer Aura irgendwo. Und sie ist ganz ergeben. Und das Thema ist, wie gesagt, Blühen. Und ich muss mal gerade im Buch schauen. Ganz kleinen Moment, das kann so ein bisschen dauern. Ich habe es mir nämlich nicht zurechtgelegt. Ich mache mal kurz aus. Interessanterweise haben wir hier die Königin der Regenbogen. Das Buch sagt, im Zen geht es darum, dass du in der Fülle lebst, total lebst, intensiv lebst. Nicht kümmerlich, wie es das Christentum von dir erwartet, sondern maximal übersprudelnd. Dein Leben soll andere erreichen. Dein Glück, deine Dankbarkeit und Ekstase sollen nicht im Samen ersticken, sondern sich wie eine Blume öffnen und ihren Duft allen zukommen lassen. Nicht nur Freunden, auch Fremden. Hier halte ich kurz mal inne. Überlegt mal, was das heißt. Euer Duft, das, was in euch ist, diese Glückseligkeit, soll sich nach außen verströmen, wie so ein ätherischer Duft. Und der soll nicht nur zu euren Freunden gehen, auch zu Fremden. Das ist doch wunderbar. Wunderbar. Hier geht es eben um dieses Verströmen, diese Energie. Und der Text geht weiter. Das ist echtes Mitgefühl. Das ist wahre Liebe. Deine Erleuchtung mit anderen zu teilen. Andere an diesen Tanz des Jenseitigen teilhaben zu lassen. Die Königin der Regenbogen gleicht einer fantastischen Pflanze, die zu voller Blüte gelangt ist und in herrlichen Farben erstrahlt. Sie ist sehr erotisch, sehr lebendig und voller Möglichkeiten. Sie schnallt mit den Fingern zur Musik der Liebe und hat ihr Halsband mit dem Planeten so trapiert, dass Venus über ihrem Herzen liegt. Die Ärmel ihres Kleides sind voller Samen, die vom Wind in alle Himmelsrichtungen verstreut werden. Damit sie Wurzeln schlagen können, sie kümmert sich nicht darum, ob sie auf fruchtbarem Boden oder auf dem Fels landen. Sie verstreut sie einfach aus schierer Lebenslust und Liebe. Und das ist wirklich, ja hier seht ihr, ich schaue gerade, ob ihr, ich glaube hier seht ihr diese Samen, die sie verstreut mit dem Wind. Und darum geht es wirklich einfach, das nach außen zu tragen und diese Saat jetzt in Mutter Erde, in den Boden zu geben, dass daraus etwas Neues entsteht, etwas Neues sich verwurzeln kann. Und das kann es nur, wenn ihr eure Liebe, eure Positivität, die in euch ist, das Neue in euch auch nach außen verströmt. Ja, und die anderen spüren das, die anderen werden das merken, dass etwas anders ist und sie werden es aufnehmen, weil sie es brauchen und ihr könnt es verankern in der Welt. Der Text geht noch weiter. In Harmonie mit ihrem eigenen Blühen wird sie von oben mit Blüten überschüttet. Und unter der Blume, auf der sie sitzt, sprudelt spielerisch das Wasser der Gefühle. Vielleicht fühlst du dich zurzeit wie ein Blumengarten, der mit Segen überschüttet wird. Lass die Bienen und die Vögel von deinem Nektar trinken, teile deine Freude mit allen. Na, ist das nicht schön. Demin mag ich nichts hinzufügen wollen, das ist unglaublich. Und was für ein schönes Bild und prägt euch das mal ein. Und das ist dieses innere Sein, ja, was uns erwartet. Das ist das Template, was wir weitergeben, ja. Das ist unsere Aufgabe. Und ich denke, das kriegen wir hin, oder? Die zweite Karte, eine Karte aus dem Orakel The Map, Karten der Seele. Da haben wir den goldenen Palast. Jetzt guckt euch mal an, was das für ein Palast ist. Der ist golden, der ist von einer Kuppel umgeben, beziehungsweise dahinter ist ein Planet, so ist es. Und auf einem wunderschönen Felsen thront dieser wunderbare Palast, ja. Und auch hier lese ich nochmal die Bedeutung vor. Diejenigen, die von euch auch mit einem Map arbeiten, ich habe einige an mich angeschrieben, sagen auch, das ist nicht so einfach zu interpretieren, eine Karte, weil die Bilder doch sehr fantasievoll sind, was ja schön ist, aber die Interpretation nicht immer so leicht macht. Und ich lese es euch deshalb vor. Das ist eine sehr positive Karte, der goldenen Palast. Die Grundaussage der Karte ist, es ist immer genug vorhanden. Diese Karte steht für ein günstiges Geschick, für in Erfüllung gehende Wünsche, für Wohlstand und Reichtum. Sie kann auch emotionale Erfüllung bedeuten, wie das Anbrechen einer Periode des Glücks, nachdem dieses lange Zeit ausgeblieben war. Die Botschaft dabei ist jedoch, dass sich dein Selbstwert nicht nach dem bemisst, was du hast, in welchem Überfluss du auch leben magst, sondern er ergibt sich aus dem, was du bist, wie authentisch du dein Leben lebst und wie viel du an Liebe zu geben bereit bist. Wenn du diese Karte erhältst, kann das sehr wohl auf materiellen Gewinn und konkrete Erfolge hindeuten. Die Dinge kommen und gehen. Damit du deinen wahren Wert erkennst, steuert es jetzt ein weit größerer Reichtum auf dich zu, den du mit anderen teilen sollst. Okay, auch da muss ich nichts hinzufügen. Passt wunderbar hier in diese Linie hinein. Die nächste Karte zeigt jetzt nochmal einen anderen Aspekt dieses ganzen Templates in 2013. Das zeigt so ein bisschen, ich will nicht sagen Verwüstung, aber Umwälzung. Das zeigt, dass diese positive Energie, die hier auch ausgestrahlt wird bei anderen und in der Welt, aber auch zu Umwälzungen führen wird. Denn das Alte muss jetzt gehen. Wirklich die alten Bauten der alten Dimension, die müssen jetzt weichen. Ja, die müssen jetzt den Planeten räumen. Die können nicht mehr existieren. Und das wird für viele Menschen, die noch nicht erwacht sind oder gerade erst erwacht sind, echt hart. Ihr kennt diese Ego-Prozesse, ihr seid da schon durchgegangen oder seid noch dabei, aber das ist eine Kraft, die das Bestehende hinwegspült. Ja, das ist die Reinigung, die wir jetzt hier bekommen. Und auch hier lese ich den Text nochmal vor. Das ist die Karte, das Feld der Stürme. Auch dies wird vorübergehen, sagt die Karte. Das ist ja zumindest beruhigend. Du befindest dich inmitten eines unerquicklichen Durcheinanders. Dinge, die du vernachlässigt hast, können Konflikte bewirken. Aufgestaute Energie muss sich entladen, so wie in der Natur unter bestimmten Bedingungen ein Gewitter losbricht. Solche Phänomene treten auf, wenn die Spannungsenergie zwischen entgegengesetzten Kräften die Dinge auffühlt und vorübergehend für Unordnung sorgt. Aber nicht alle Stürme sind zerstörerisch. Vielmehr erfüllen sie in der Natur eine nützliche Funktion, indem sie dem Boden Regen bringen, mit dem Wind, der durch die Bäume fährt, den Samen weit umher tragen und so für ein beständiges Gedeihen sorgen. Bedenke einfach, dass jeder Aufruhr in dir und zwischen dir und anderen Menschen dir zukünftig zugutekommen wird. Die Sonne wird wieder scheinen und etwas Neues wird zu wachsen beginnen. Und fürchte dich nicht davor, die Dinge ein wenig aufzumischen. Rebellion, ja, also das wird bunt werden in diesem Jahr. Die nächste Karte ist aus dem Orakel der Liebe von Toni Camazzolano. Und auch da ist die Botschaft sehr eindeutig und diesmal mit dem wunderschönen Bild schon zu erfassen. Es ist die heilige Verbindung. Ja, das ist das, was uns erwartet, auch mit dem Template. Das ist natürlich auch ein Aspekt dessen, worum es geht. Ja, ich lese auch hier nochmal die Bedeutung der Karte vor. Was jetzt noch Freundschaft ist, wird sich schon bald zu einer heiligen Verbindung entwickeln. Das ist die Verbindung zweier Seelen, die einander in Liebe zugetan sind. Es kann sich auf ihr Verhältnis zu einem einzelnen Menschen, aber auch einer Gruppe beziehen. Ebenso gut kann die heilige Verbindung gemeint sein, die zwischen ihnen und einem Vogel oder einem anderen Tier besteht oder gerade geknüpft wird. Außerdem erinnert diese Karte an die heilige Verbindung, in der wir mit der Natur stehen. Und hier sehen wir mit der Karte und der Kartenbeschreibung nochmal wunderbar, ja, es geht auch um Beziehungen zu Menschen, zwischen Menschen, um Liebesbeziehungen oder das Ausleben von Liebe, aber auch mit allem, was ist. Tiere, Pflanzen, die gesamte Natur. Ja, also es wird hier nochmal bestätigt, was ich schon eingangs sagte. Und die nächste Karte ist auch wunderschön in dem Zusammenhang, dass die Karte spirituelles Wachstum. Und das ist natürlich auch das, was das Template ist. Das Zwillingsflamm-Template ist die Blüte unseres spirituellen Wachstums. Ja, der ganze Weg, den wir, den der Spross durch die Erde machen musste, antreten musste, bis er so weit gewachsen war, Blätter für seine Versorgung entfaltet hat und bis er die Knospe ausgetrieben hat und blühen kann. Das ist der Weg. Das ist der spirituelle Weg. Und die Blüte ist wirklich die heilige Verbindung. Das ist so das Blühende. Und das ist eng verbunden mit unserem spirituellen Wachstum. Das ist vollkommen klar, ja. Also das ergibt sich. Die fielen beide zusammen raus. Also das war so klar, dass die zusammenkommen müssen. So, die letzten Karten kommen von Mutter Erde. Ich mache auch ein bisschen zügiger, weil einfach das Video sonst sehr lang wird für euch. und ich gehe nur kurz darauf ein, aber es ist einfach, zeigt ein bisschen die Basis des Ganzen. Das ist der Flame Tree, der Flammenbaum. Sie sehen einen Baum oder zwei Bäume inzwischen, denen es brennt. Und die Karte sagt, the start of something new, der Beginn von etwas Neuem. Ja, und das ist auch das, was kommt. Also wir kommen jetzt, Mutter Erde liefert uns jetzt neue Dinge. Ja, also das kann sein, dass es da eine gewisse Destruktion gibt, dass Alte eben verbrannt wird oder gehen muss und das Neue einziehen kann. Das ist das, was jetzt kommt. Ja. Und auch die nächste Karte ist wunderschön intuitive Kommunikation. Stilles Flüstern deines Herzens. Da geht es darum. Ihr seht, das Herz ist hier in dem Baum, auch in der Natur. Und die Natur hilft uns, zu uns selbst zu finden und unsere innere Stimme noch besser zu hören. Und unsere innere Stimme ist das, womit wir uns befassen müssen, damit wir wissen, wie unser Weg ist, wie unsere Linie ist, wie unsere Richtung ist. Ja, und es geht auch darum, in der Natur zu sein, um diese Liebe auch in die Natur auszustrahlen und von der Natur auch zurückzuempfangen. Das ist ja nie eine Einbahnstraßengeschichte, was wir hier tun. Ja, und es geht darum, auch die intuitive Kommunikation wird durch dieses Template auch gestärkt. Ja, wenn wir in Liebe zu anderen sind, dann öffnen sich ganz andere Kanäle der Kommunikation, auch zwischen uns, ja, auch Telepathie. Also das sind auch Geschenke hier, so spirituelle Geschenke, die wir bekommen. Und eine letzte Karte, Evolution, ganz wichtiges Thema, denn die Erde wird sich weiter nicht nur drehen, sondern weiterentwickeln. Wir haben Erdveränderungen, Klimaveränderungen und Transformationen der Erde. Das ist das, was uns auch in 2013 erwartet und was in Zusammenhang, weiß, wer sagt, Buch, in beide Richtungen steht. Also in Richtung der Zwillingsflammenenergie und in der anderen Richtung. Ja, beides wird benötigt. Die Erde wird mithilfe der Zwillingsflammenenergie, die von oben nach unten in die Erde kommt, verändert. Und das, was sich da verändert, verändert auch wieder die Möglichkeiten, die die Zwillingsflammenenergie hat und wie wir sie leben können. Also das ist ein, wir gehören hier wirklich mit allem zusammen. Ja, und ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was in 2013 mit dem Thema eigentlich zusammenhängt. Noch mal eine neue Information und wie gesagt, ab nächste Woche geht es, denke ich, dann mit den Liebesorakeln weiter. Aber ihr merkt auch, ich bin auch im Moment sehr kreativ drauf und habe auch immer mal neue Ideen, zu welchem Thema ich einfach spontan was mache. Und ich denke, ihr findet das auch gut. Und ja, deshalb, wir werden so grob wieder in den Ablauf kommen, aber vielleicht wird es auch neue Inspirationen geben für neue Videos, andere Videos. Mal schauen, was das ja so bringt. Ich danke euch für Aufmerksamkeit und wünsche euch einen tollen Start in das neue Jahr und ganz viel Glück in der Liebe, aber auch in eurem privaten Leben, Berufsleben und so weiter. Macht's gut. Tschüss.